Was? What the fuck? Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Cryer 4. Servus. So, weißt du was, hast du das Bett schon? Ich muss kurz was gucken. Ich mach den Sprint auf eine andere Taste. Schön. So. Sicher, dass da lang geht? Ja, schätze mal. Wenn du irgendwo am Sack hast, dann müssen wir wohl anders lang. Ja, für das hier sind wir jetzt hier eingelaufen. Eine Schroppflinte. Und Revolver. Willst du auch eine, oder? Ah ne, du hast eine Schroppflinte. Mein Satz. So. Was machen wir jetzt? Weiter gehen. I don't know. Ich glaub hier wird's weiter. Ich will unbedingt Donator werden. Oh, ein süßes Kaninier. Ist aber ganz besondere Rasse. Kaninier voll. Revolver Power. Boah. Jetzt der Revolver Held. Was redest du? Hinter dir. Siehst du, Revolver Held. Die One Batsch. Für die Leute, die ich lesen kann. Oh, noch einer. Ein Bett. Und Ein Riese. Das musst du dann wohl dir legen. Ich geh noch einen Moni. Ich hab keinen Schuss mehr. Na gut. Prozent ich habe ich voll ausgetrickst wenn man den Typen da unten und dann kriegst du die Waffe und dann das ist nicht der Punkt das ist der Wurst bist du meine Schropphinter haben mehr und ja ich hab da war aber das Beste ausgefunden um los nee Ich muss erstmal kurz was gucken. Ich glaub, hier hab ich keine Money mehr drin, oder? Ähm... Nee. Ja, kann losgehen. Danke. Bitte! Guten Rutsch ins neue Jahr. Stimmt, eigentlich demnächst ist es wieder Silvester, ne? Ein... ein Vorschlag, Kammer. In sieben Tagen ist es schon soweit. Inventory full. Ist es niemals zu wenig Platz für eine Sch... für eine Pistole. Mein Inventar ist auf. Ja, gehst mal weiter. Okay. Das backt. Was? WTF? Ja, renn. Nein! Schieß doch! Was? Ich bei mir... Warum leckt es? Weil das... Erstens bin ich in den Sack gelaufen und zweitens Samson's, der... ähm... Samson's... Bei mir war gerade alles schwarz. Ja. Ich hab ne Idee, wie wir das Ganze packen. Einer läuft vor. Nein, ich würd sagen, du läufst, also... Close to the end and beginning. Ja, nice. Merke, den Vorschlag kann man nicht mitnehmen. Warum nimmst du beide mit? Alles raus versehen. Wie es immer ist, ne? So, ich renne. Nein, du geht. Nein, warte. Ah. Ohne zu besprechen. Leute, der hat's einfach seinen Kumpan umgebracht. Leute! Ach, easy! Boah, er guckt sich erst die scheiß Knarre an. Ja, wer... Ich hab' ihn besiegt. Easy. Ich hab' gar nicht easy. Doch, hier war alles easy. Hallo? Leck. 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 Nein, meine Knarre! Boah, du bist der Wichster. Bevor es schießt, erstmal hast du noch... ...ist du noch die schnell die Knarre abgezockt, ne? Komm, hier rum. Und wie sieht's so unten aus? Schön. Nein. Ich hätte nachladen sollen. Oh, schrotzen. Soweit ich weiß, ähm, ist das hier der letzte Teil der Kampagne, also der, ähm, soweit ich weiß. Also, ich weiß es nicht, aber ich will das nicht. Remington. Ich glaub' ja, also von der... ...ersten Kampagne halt. Ja, ich weiß nicht, ob man das andere als... Soweit ich, soweit ich weiß, Suizid kann man, ich glaub' ich nicht, wird hier als Kampagne sehen, oder? Ja, aber es gibt, glaub' ich, noch so'n klein anderes Kapitel, also nach dem Credits hier. Was mich verdammt aufregt hier bei dem Spiel, das ist ab und zu so verdammt hakt. Ja, das ist... Ich kacke. Wo bist du eigentlich? Hier ist ein Keller. Ich hab' keinen Bock. Ich geh' wieder, ne? Tschüss. Ja. Ich hab' so viel Leben dafür, merk' ich grad. Ich hab' keinen Bock mehr, was ich hab' gehört. Die Tür ist offen. Na, geh du bitte mal vor, du hast ein Ultimeer Leben. Wie ist da, wenn jemand? Alles klar. Oh, hier sind zwei Magazine. Ein zu dich, ein zu mich. Ja, klar, danke. Äh, ich hab' keine Muni mehr, bei egal. Ja, ich hab' den Kanal. Ähm. Ah, lol, das ist... Ey, guck mal, das ist hier ein Kassettenrekorder. Wo? Hier, auf den Tisch. Wenn du da auf E machst, wir gehen das von vorne. Na gut, dann wär das... Wer hat das angemacht? Hihi. Ich hab' überall einfach E gemacht. Ich hab' immer wieder gerissen. What the fuck? Geh' du mal vor, lieber. Geh' du mal vor, lieber. Ich... 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 Ich mit meinem Mitkrieg leben. Mein Leben ist auch hier im Mitkrieg. Na danke, Pri... Ich halt' dich runter, bitte. Danke. Du wolltest doch nicht vorgehen. Ich hab' noch nie so schlechte Musik gehört, merk' ich schon. Oh! The fuck? Ah, die kenn' wir doch schon, aus den Lüftungsschächten. Waren die auf dem Kopf? Ja. So, und die könnte ich jetzt auch vertragen. Ja, ich auch. Coca-Cola, ja. Das war jetzt kein Product Placement, wenn das klar steht. Warum ist die Musik so scheiße, sie ist so deprimierend. Ja. Ich fühl mich jetzt gerade schlecht, weil wir hier durchgehen. Ah. Ich sollte erst nachladen, bevor ich weitergehe. Ja, das passiert mir auch öfters. Die bekomm' ich diesmal. Geh. Geh vor. Geh vor, meine Damen. Ja, gut. Wirst du gucken, wegen Waffen. Äh, ja. Äh, ah ja. Ach, ich glaub' hier, oder? Wieso findest du den Weg? Das ist dein Weg? Weil ich es gesehen hab. Ich hab so leicht nach links geguckt und dann... Es gibt immer einen Weg, auch wenn man ihn nicht will. Immer dieser Epileptiker. Mit den Hamern in der Hand. Ja, das ist, glaub' ich, nochmal bei denen. Äh. Ja, warte mal kurz. Ich will mal eben wegen der Waffenmauswahl was gucken. Was soll man hier machen? Also, ich spring' erst mal um, okay? Warte mal. Falls das genehm ist. Warte mal, ähm. Ach, ich hab... Ich dachte, ich hätte noch Muni gehabt für das eine... Im Ernst? Du bist schon so weit vorgelaufen. Als auch mal, wenn man ihn von hier unten nicht trifft. Das ist so richtig behindert. Und gerade du, du hast die Sniper. Ja, übers Geländer. Das ist total behindert, dass man hier nicht über Geländer schießen kann, anscheinend. Ähm. Wir sind hier oben. Boah, Alter. Man kann nicht über Geländer schießen. Das ist einfach eine... Das ist einfach eine Wand. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie. Wissen Sie überhaupt, wo Sie hingehen? Er wollte nicht mehr leben. So, was ist das? Welcome to... Gustav Dahl Park. Ich glaube, hiermit bewegt man Figuren. Guck mal eben, ob es den Löwen gibt. Löwen? Äh, Löwen... The King of the Birds. Nee, das ist der Adler. Gibt es Adler? Nee. Nee. Eule. Nee. Es gibt anscheinend eine Eule, einen Adler. Ähm... Ein Löwen... Und noch ein Irgendwann-Tier. Ich vermute mal, dass es ein Pferd. Ähm... Guck dir das mal an. Ich glaube, das scheint ein Rätsel zu sein. Geh mal zu den Figuren. Geh mal zu... Ich glaube, da stehen überall Steuerungen. Aber... Aber wenn ihr die Himmelsrichtung steht, woran sollen wir uns denn überhaupt orientieren? Woher sollen wir wissen, was genau Süden, was Westen... ist und so. Warte? Ah. Ist hier irgendwo eine Orientierung? Äh, in dem das... Ich glaube, das müsste hier irgendwo stehen. Warte mal. Ist das... Oh, gefunden. Sind das hier wohl die richtigen? Ja, ich glaube schon. Ja, orientier dich mal daran. Ich versuch mal, das Rätsel zu lösen. So, dann ist doch da, ähm... Ja, okay, ich weiß jetzt, wie du es aufgebaut hast. So, sag an. Na, warte, ich finde das Ding nicht. Als ob ich das jetzt aus dem Kopf weiß. Weißt du nicht, wo du hinlaufen musst? Warte, warte. Hier? Hallo. Oh, das ist so kacke gemacht. Dann da hoch. Ja, ich muss das jetzt mal durchlesen. Viel Spaß dabei. Ich bin in der Zeit nicht im See rum, weil der... irgendwie... ...und die Paramauer. Man kann die Figuren bewegen. Ich packe sie einfach mal irgendwie hin, ne? Warte mal. Bewegt mal. Warte mal. Bewegt mal das Pferd zurück. Wohin? Zurück. Und den Löwen zur linken Seite. Bewegt immer zur linken Seite. Wo ist denn die Steuerung dafür? Nicht da oben. Da, oben. Wo? Ich glaube, wo... Ah, warte mal. Wenn der Löwe... Ja, hier oben ist eine Steuerung vom... Löwen, ja. Woher nach links? Hab ich. Ja. Und den Adler bewegt immer... Bewegt den Adler mal vorwärts. Habe ich. Warte, und dann... Dann müsste doch die... Und bewegt die Eule mal in die Mitte. Passiert was? Nein? 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 Warte, ich will jetzt einfach mal nur was testen, okay? Ich geh mal eben zur Tür. Bleib mal bitte unten. Wenn das... Wenn das nicht klappt, dann... Versuch ich's weiter. Du musst nämlich die... Dinger bewegen. Ist die Tür. Nein, siehs. Ich glaub... Oder was? Warte mal. Ich guck mal bei der anderen Tür. Ob die jetzt offen gegangen ist. Bleib einfach da unten. Please wait until everyone is ready. Ich... Aber ich will erst da rein. Aktiviert das denn irgendwas? Das ist ein Rätsel. Also... Warte mal... Bewegt mal den...